ok weiter geht's jetzt sind wir wie gesagt wieder oben wo wir angefangen haben und sind wir runtergekommen die den die mauer runter gesprungen hier wurden wir dann gejagt wurden dann hier runter geschubst von dark lord er von dark lord jetzt müssen wir aber ins schloss zurück und an die burg erst mal heilen wir uns kurz noch mal so gehen wir hier rein so war das noch mal überweise ein fieser kampf noch das weiß ich noch ich weiß auch dass hier einer meiner absoluten hass endgegner ist den ich hoffentlich platt machen beim ersten mal hier dann gehen bei dem morgen stellen wir schon besser rein er braucht zwischen lange ein bisschen länger um also zu sagen fahrt zu kommen und das einmal drehen muss und dafür ist auch eine ziemlich gute rundum war ich habe richtig ich weiß es kann mal gucken das war so falsch jetzt lang das ist irgendwie ein schloss reinkommen schloss ist ein bohr kein schloss das hauptquartier von gleich das hauptquartier von schloss reinkommen da ist die kann man nicht vorbei hier dinge wenn man leben nehmen so ich bin noch mehr tragen wieso ist denn da dran ach so leben eins sind da zwei drin so ach gut ein bonbon ne danke jetzt sind wir wohl gelandet hier in der kanalisation des das das borg in der rein gehen ne dann aus ich will dich töten dann nicht das blöd bist du noch nicht töten das gibt es doch nicht nur mit magie und eine menge fantasie das klettert aber die ranken hoch jetzt kommen diese komischen ninja ritter genau die mann den turm rein müssen uns runtergehen mann ist das lange herr ist ich glaube jetzt kommt dieser scheiß gegner oder ja die ich hier mehrere absolute angst gegen das spiel und zwar wegen dieser aktion hier ich hoffe man hätte dass dieses klopfen nicht irgendjemand kann bei mir immer teil so muss ich mal diesen song von mc hammer denken so es macht macht jetzt nicht bezahlt dass ich so wenig angriffspunkte habe bis jetzt ganz friedlich noch das ist ein bisschen was er hier anstellt ach gott okay das dann habe ich das alles in die schlechte erinnerung und das war alles irgendwie für mich schwerer früher keine ahnung ich weiß auch nicht und ich habe nicht genug gelevelt gehabt ich weiß auch nicht mehr alles ist doch ist das auch einer einer sie haben das amulett gestohlen wir müssen erst zurückbekommen auf geht's da klotz zimmer befindet sich im oberen stockwerk erbruch sonst schlafen kannst du es heilen mädel mal wieder eine lage gefunden mal gucken wie lange wir sie wie sie diesmal behalten schade die magie dass die magie punkte nicht heilen kann das ist wieder gebracht sind ich will kein feld sein ich bin der feld seiner brandung das ist was haben wir eigentlich für gegenstände was cool ist glaube ich super lebens energie genau super lebens energie to the max so nicht aus wie keine ahnung für den jahren ja da und was egal so level 33 das heißt einmal reife bitte danke keine ahnung ich richtig bin hier ich denke mal schon das war für mich zu beschießen das ist unfair wo kommst du denn her übersehen jetzt hänge ich hier fest ich hänge hier mal so rum ne weil ich im fels bin so da geht's auf der burg ich weiß gar nicht ob wir noch mal in diesen komischen anfangs in die anfangs arena kommen wo wir das erste monster bekämpft haben ich glaube ich glaube ich weiß es nicht ich befürchte dass die tür dort nicht zu sein wird ich befürchte dass die tür dort nicht zu sein wird zum beispiel wäre das hier so eine aktion wenn man jetzt hier keine schlüssel hätte wäre man im arsch das ist mir schon beim ersten spielen mal passiert dann warst du in der sackgasse und konntest du mit pech hast du kannst du das spiel von vorne spielen ja hier war ne dings habe ich schon gedacht Heimgang so heil mich mal bitte so oh hier müssen wir uns rüber schwingen äh Waffe die super kette warfen also kann ich ihn töten noch schnell ne ich warte bis ich sie aufgeladen hat oh ich treffe die mich nicht so oft jetzt ach das wird ah ok so mach mal Waffe jetzt aufpassen dass ich nicht in die schwarze kacke falle das ist ein Problem nämlich komm ich wieder nicht vorbei so das muss ich hier unten lang Waffe die kette muss ich wieder warten aber der Balken lädt sich jetzt richtig schnell auf den herr ist es so schnell dass man fast nur noch super schläge macht was aber schon nervig ist manchmal weil darum halt mir fällt gerade kein Grund ein aber es gab irgendwie einen ich weiß gar nicht mehr warum egal ich glaube wir müssten fast da sein schon bei Dark Lord mal gucken ja ja jetzt töten doch wir müssen die habe die ich habe die ich stecken gerade mich erwischen bin ich im arsch auch kommen alles auf einmal hier einmal bitte ich kann mitgegenschlagen diesen abwehren die magie hier muss ich aufpassen dass ich die nicht töte dass ich hier die kisten nicht kaputt machen weil sonst ist die treppe weg das heißt ich darf sie nicht berühren und deswegen den morgenstern weg machen weil er sonst rundum schlag macht wie gesagt und dann die kisten gleich kaputt haut aber es geht auch so mit den wölkern hallo auch kommen jetzt ist es doch das blöde ich kann nicht mehr tragen das nervt langsam lebe immer zweimal genau also manchmal christliche scheiße aber auch dann wenn es überhaupt nicht brauchst so stern glaube ich langsam wie gesagt Sackgasse jetzt auch nicht schon wieder Jo, wenigstens leveln wir nebenbei noch ein bisschen So, da braucht man mehr Kraft, ey Auch wenn ich damit ein bisschen wenig LP bekomme Amindest 60 bräuchte langsam, ja Das ist ein bisschen scheiße So, weiter Oh Gott, hier kommt ja alles ein Viehzeug Langsam müsste es wirklich so weit sein Ja, ich glaub Ah, die können es auch töten Am obersten Stockwerk, na gut Wann ist es denn erreicht? So, jetzt aber speichern wir mal Es tut mir leid, dass ich gerade so viel speichern Aber ich bin ein bisschen unsicher gerade Okay, jetzt nicht raus Wahrscheinlich kommt ihr in der Treppe, wenn ich die besiege Kann ich mir vorstellen Äh, ja Ja, meine Skelette, ist das ein Dungeon hier? Oh, was ist das? Kraftschwert gefunden Was macht denn das schöne Kraftschwert? Oh, ist aber schwach Hm Jetzt zurück nochmal komplett, oder wie ist das hier? Ich will nicht zurück nochmal alles Hm Das ist ja interessant Äh, was bringt mir denn das Kraftschwert, bitte? Ach, bin ich dumm Wahrscheinlich muss ich komplett runter an die anderen Turmen hoch, wahrscheinlich Ich weiß es auch nicht mehr Hm Hm Bestimmt, hm Fürchte ich Also mal zurück Ich würde sagen, es machen wir in der nächsten Folge Und dann werden wir hoffentlich auch Dark Lord endlich mal Besiegen Äh, bleibt dran